Herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Account. Mein Name ist Julia und ein paar kennen mich von meinem TikTok-Account Julia und Infante. In meinem Kanal würde es sich hier hauptsächlich um das Thema Pferde drehen. Ich habe vor einem Jahr mit TikTok angefangen, weil ich meine besondere Geschichte mit Infante erzählen wollte. Infante ist mein Pferd, beziehungsweise war mein Pferd. Und unsere Geschichte hat wirklich ganz, ganz besonders begonnen und ist leider dieses Jahr auch sehr, sehr tragisch geendet. Ich möchte euch eben hier in meinem Kanal die komplette Geschichte zu Infante erzählen, wie es dazu kam, warum ich mich so angestellt habe, Infante zu kaufen, wie er es dann doch geschafft hat, dass ich ihn kaufe und ich werde euch auch den Unfall erzählen, den er dieses Jahr im Sommer hatte und wir ihn leider nach harten Kampf erlösen mussten. Ich bin auch Mitbesitzerin von zwei spanischen Stuten. Mitbesitzerin aus dem Grund, wir sind drei Freundinnen, die zwei Pferde besitzen. Und es wird auch irgendwann mal ein drittes Pferd dazu einziehen. Ich werde euch auch in meinem Kanal erzählen, wie das so ist als Mitbesitzerin von zwei Pferden und wie wir das Ganze aufteilen, zeitlich, finanziell und was so unsere Aufgaben sind. Ich habe zusätzlich zu meinen zwei Stuten noch ein Pferd zur Verfügung und selbstverständlich werde ich euch auch alle Pferde in meinen Videos genauestens vorstellen. Dann erwartet euch noch in meinem Kanal natürlich der tägliche Wahnsinn eines Pferdebesitzers inklusive Sorgen, Stress und Offenstallhaltung. Ja, das war jetzt eine kleine Vorstellungsrunde von mir, dass ihr so ungefähr einschätzen könnt, um was geht es denn in meinem Kanal. Und wer neugierig ist, darf natürlich auch sehr, sehr gerne bei Instagram und TikTok vorbeischauen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meine Kanäle abonniert. Bei Fragen dürft ihr natürlich auch mir gerne bei Instagram schreiben. Ich schaue immer, dass ich die Fragen alle so gut wie möglich beantworten kann, die mich erreichen. So, und das war es jetzt mit meiner Vorstellung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auf meinem Kanal und lasst auch ein Abo da. Ciao!